Ey, wie komm ich da? Achso, ich bin so hart deppelig. Ich hab ganz vergessen, dass es Zauntore gibt. Wir wüchsen gerne aus. Ja, natürlich. Rosenbrot und Knochenmehl. Lass mir ein paar Zucker runterreißen. So. Weißen jetzt. Wohl Kappels darin farmen, genau. Ich muss mal schnell beim Monsterfall hier vorbeischauen. Folg mir aber in der ersten, damit du weißt, wo sie ist. Mist. Man kann keine Spiele angeln. Hättest wohl gern was? Ja, ich hab dich immer wieder hergezogen. Follow me. Oh, nimm am besten ein Bett noch mit. Wie so ein Bett? Weil ich ein Bettnässer bin. War auch schnell nicht ein Bett bei mir. Wo ist das eigentlich dein Monsterfall? Ah, Kürbis! Äh, Quatsch. Melone! Was hast du eigentlich von Kürbis gesagt, wenn es eine Melone ist? Keine Ahnung. Sprachfehler. Ich weiß den Unterschied zwischen Kürbis und Melonen. Okay, ich kenn das nicht. Okay, ich kenn das. Nimm das Bett am besten mit. Warte, ich baue mir jetzt mal schnell ein Eisenschwert, wenn es jetzt nichts ausmacht. Ja, ja. Ich hab ja nicht so viel Eis, also passt es eigentlich. Oh, ich glaub wir können sogar Feuerstuhl geben. Ach, das ist Eisen. Ne, ich baue mir jetzt ganz, oder ganz radikal jetzt einfach ein Goldschwert. Es macht mir Schaden, also. Hey, wo hab ich jetzt die zwei Eisen her? Hier, nimm das Bett noch mit. Oder, warte, geh mal gleich pennen. Warte, fuck! Ich hab auf einmal zwei, zwei mal zwei Eisen im Inventar gehabt. Aha. Obwohl ich mir nur einmal zwei Eisen rausgeholt hab. So, jetzt geh pennen! Geh pennen! Mit dir ganz bestimmt nicht. Ja, deswegen hab ich sie auch so weit auseinander. Weit voneinander entfernt. Auf mich stellst du die Ecke. Deine Mutter ist in der Nähe. Ach. Tobi, du bist ein Monster. Tschuldigung. Scheiße, und jetzt? Ich sollte, glaub ich, langsam mal in die Therapie gehen. Äh. Töten und so, ne? Ja, geh mal schnell in die Spinnenfalle, bevor es tagt oder nachwirkt. Töten und so erstmal. Oh, ist uns in der Maus irgendwie eine Höhle, oder was? Ich weiß nicht, ey. Geflachelt werden alle despawned. Ist das echt keine Höhle, oder? Doch, wir... Wir müssen schnell schummeln in die Höhle, aber... Ach, wir könnten vielleicht schummeln. Du machst jetzt einfach mal Escape. Nein, nicht schwierig jetzt grad. Bisschen niedriger. Als auf Peaceful, meine ich. Auf Peaceful, sagst du? Ja, und dann wieder auf Easy. Und dann gehen wir schnell schlafen. Stimmt eigentlich, ja. Es sollte gehen, weil es eigentlich im Singletag. Ja, genau. Ah, cool. Ich bin sehr intelligent. Das war überhaupt nicht gecheatet. Nee, das ist nicht. Das ist... Taktik. Okay, und jetzt wieder auf Einfach, weil wir ja Pferde sind. Ja. Was ist mit dieser riesen Atombombe hier? Atombombeneinschlag. Also gut, ich geh schnell. Also, äh... Achso, ne. Kevin, so bestraft meine Mutter mal mein Zimmer. Genauso. So und nicht anders. So und nicht anders. Komm, wir gehen zur Spinnenfalle. Ja. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Nein. Hahaha. Nein. Was... Äh, was ist das eigentlich... Was ist das eigentlich... Was ist das eigentlich... Oh, scheiße, ich hab Diamanten dabei. Nein. In dem wir halt immer reinreden. Entschuldigung, ich hab Diamanten dabei. Das hab ich gerade erst gemerkt. Au. Was soll das? Ist man es fertig. Hallo? Ist das ätzend. Haha. Ja, es leckt bei mir. Boah, Moonwalk. Wer hat hier ein Loch gegraben? Oh, das war wahrscheinlich der Enderman. Wie episch sieht das aus, mein Freund. Schau mal an. Hm. Was? Warte, bei mir leckt ein wenig. Wie ich laufe. Moonwalk? Eftig, ne. Ja. Mir nach. Und zwar schnell. Ich hab jemanden dabei. Wo? Wo? Wie war's? Wo? Wie war? Wo? Wie war? So und so. Scheiße, wegen dem Leck. Ich kann so nicht spielen. So, hier da ist... Bei mir leckt's wohl. Was? Hier in der Nähe ist eine Falte irgendwie... Irgendwo. Falte? Ach, was war Falte? Hier ist ein Loch. Falte. Wieso sagst du Falte? Warte, bei mir hängt gerade ein Frame pro Sekunde. Äh, ihr will jetzt nicht. Ich kann mal schnell stoppen. Und was? In dieser Eingangsbereich. Irgendwie. Eingangsbereich. Na ja. Wenn man da runter kommt, zu dieser Spinnfalle da. Ach. Gar kein Gwynn. Null Frame pro Sekunde. Gibt's doch noch nicht. Wie soll ich die jetzt umbringen? Was? Ich dachte, sie ist automatisch. Die musst du selber killen mit Hand. Was ist das für eine verdammte Axt hier? Ich sag, wo soll ich die killen? Das ist doch... Die können mich sogar angreifen. Da musst du halt aufpassen. Ich hab hier eine Linie gesetzt. Aus roter Wolle. Ab da musst du sie halt killen. Äh, du weißt schon was rot ist, oder? Noch so ne Frage. Weißt du was rot ist? Warum? Das war's. Ich denke ich. Bei mir lecks. Ich war extrem. Eins. Eins. Zwei pro Sekunde. Ist doch cool. Eigentlich auch nicht, aber... Ist doch 10 Sekunden leck. Ich konnte mich zwar bewegen und alles, aber... Ich stehe weit anscheinend. Ich stehe nicht wie ich gewesen. Die ganze Zeit so lecks. Leck mich doch am Arzt. Mann. Du musst dann Gwynnall hinbauen, Mann. Das geht's doch nicht. Schau doch mal an, Alter. Da warte bei mir lecks gerade. Chill und lass den Leck sprechen. Röde mit dem Leck. Rechts in der Hand. Äh, abgehen, ne? Ich glaube ich muss mal schwer was zu schließen, irgendwie. Alter, ich hör die ganze Zeit irgendwie Knochenbrüche. Und dann sehen wir's gleich wieder, ne? Alter! Ich glaub, ich mach's jetzt so. Nee, ich beende die Aufnahme-Session. Ich glaub, das ist günstig, wenn ich hier bist. So richtig. Probieren wir's mal ganz kurz nochmal, wenn ich draußen bin. Ja, genau. Ja, genau. Das Knochen machen jetzt. Also, ich glaub, du fixen wir mal schnell. Und warte. Warte, ich glaub, ich glaub ich so zu flüssiger. Mach mal selbst als Singleplayer, wenn das geht. Oh, vielleicht nix daran. Jetzt läuft's ein bisschen besser. Wie lange? Ja, jetzt noch nicht mehr. Kannst du euch vielleicht irgendwie ein Escape oder ein Optional einstellen? Ja, es leckt hier allgemein in der Spinnfalle so sehr. Okay. Wahrscheinlich war da irgendwie nicht so viele Spinnen da sind. Also, ich denke wir haben doch die gleiche Leistung vom Rechner her. Jetzt hat das wieder gefallen. Kann ich mal wieder versuchen reinzukommen? Ja. Kannst du versuchen, aber ich glaub, wenn wir in der Spinnfalle sind, dann leckt es immer so sehr. Und? Auch, selbst wenn ich allein bin, leckt es sich. Wie sieht's jetzt aus? Ja, es geht eigentlich wieder. Aber ich glaub, das wird sich jetzt gleich wieder verschlechtern. Dann gehen wir schnell weg von hier. Ah, es geht wieder. Super. Weil ich Dolperdraht. Fast schon viele Spinnen hier. Hast du euch jetzt nen Whetstone? Ja, aber in meinem anderen Haus. Ich hab da übrigens noch ein Dschungelhaus, das ist allerdings noch weiter weg. So. Ich bin eine Wache mit einem Bogen. Oh ja. It's time for revenge, bitch. Ich glaub, ich geh mal in den Neta. Willst du mitkommen? In den Neta? Oh, da würdest du jetzt noch mehr laggen. Glaubst du? Wenn das jetzt der Chap noch nicht gefixt hat. Ja, aber das ist der Nückel, das ist flüssiger als im Geschmack des Dinges. Okay. Bei dem Multiplayer hat das sonst immer gehangen, als wir... Nein, das können wir mal. Hä? Ganz leck ist das mein Müll. Oder mein Problem. Hä? Scheinst du zu laufen jetzt. Bei mir läuft alles super. Bist du den Neta? Ja, ich bin gerade in den Neta mehr gegangen. Bei mir läuft alles butterweich. Ja, bei mir auch. Cool. Sogar besser als in der Spinnfalle. Haha. Ist doch schön. Also ich bin hier auch erst... Ne... Also ich habe hier... Ich bin erst vor fünf Part... Äh, erst mal in den Neta gekommen. Okay. Also hast du schon da versucht. Oh Gott. Ja, aber halt nur schnell im Neta ein bisschen umgeschaut. Hast du denn was gefunden? Ja, eine große Halle. Also das große Ding halt. Alles klar. Da wo die ganzen Viecher sind. Du meinst das eigentliche Biom. Ja, genau. Ach, komm weiter runter. Nicht nach unten, nicht nach unten. Das ist Fake. Okay. Kannst du da ein bisschen gleich zumachen. Oh, du hast die Diamantenspitze dabei. Ich bin so gut. Ich bin Boss, Mann. Nicht den Neta. Naja, wenn sie kaputt geht, schiebe ich sie auf dich. Na so. Ich bin hier schon einmal gestorben. Allerdings, weil es geleckt hat. Wie der Einzige an Scheiß. Oh Mann, jetzt scheiße ich mich an. Na, magst du Gästs jagen? Nein, ich hasse Gästs. Oh Mann. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, fuck. Fuck. Ich werde dich vergasen. Äh, vergasen, ja. Oh fuck. Oh, jetzt hab ich dich geschlagen. Oh, like a, like a, like a pose. Das auch? Jetzt greifen sie mich an. Oh. Oh Mann, wie viele. Oh, wie viele. Oh. Oh. Oh, wie viele. Ah. Die greifen mich doch aber nicht an, oder? Die sei doch. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, meine Sachen! Ich sag nur, wir hätten gegen den Nater gehen sollen. Oh, fuck, this bad is occupied. Ja, bei mir auch. Ich weiß nicht, worum es geht. Oh, Mann, Alter. Das war ein epic Fail. In der Tat, in der Tat. Okay, versuch Nummer 2. Action, Pikman! Warum kreist du überhaupt die Pilges an? Ach, wieso bist du tot? Ich hab Lust dazu. Was? Warum greifst du die Pilges an? Da hab ich provoziert. Deine Erklärung. Alter, der hat meine Mutter beleidigt, Mann. Ja, ist klar. Ja, das zweimal Grunzen heißt, fick deine Mutter. Ja, ist so, Mann. Oh, ich glaub, das darf man hier in Let's Day nicht sagen. So, fick deine Mutter und Sohne. Ist mir egal. Ich bin so böse. Ne, woran hast du jetzt hin? Ja, ich renn zum Ding. Ich will meine Sachen wieder haben. Da war ne Diamantenschwitzhacke, du Arsch. Das ist ja eh nicht meine. Alles geht schief, wenn ich hier bin, ne? Die will ich wieder. Komm auf meinen Server. Da hab ich Tausende. Ich bin da extra ohne Sachen reingegangen. Den Neta. Ja. Ja klar, du weißt doch nicht irgendwie was holen oder so. Wolltest du den Blick drauf werfen. Hm. Irgendwie stemmen wir immer, wenn wir in den Neta reingehen. Oh ja, das kenn ich so gut. Und komischerweise hab ich meine Sachen verloren, weil du da bist. Ist doch schön. Ist doch schön, Mann. Ist doch abdeck. Ich bin jetzt halt ziemlich wütend auf dich. Ich auf dich auch. Ne, ich mag dich. Aber ich versuch's zu verkneichen. Jetzt verkenn's gehen. Hrrr. 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 Zu behaupten um Chuck Norris zu sein, ähm, entzürnt Chuck Norris. Hrrr. 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 Was? Dreisegunden später. Hi! Oh, hi! Chuck Norris. Ich hab nen Goldzahn. Was? So, ich hab mein Sahen verloren und hab stattdessen ein Goldzahn. Ich hab auch nen Goldzahn. Boah, ab aus deiner Truhe rausgezogen. Den werde ich jetzt wahrscheinlich wieder gleich verlieren, weil ich jetzt gleich wieder sterben werde. Wo waren das eigentlich? Ach so, das war ja da drüben, stimmt ja. Ich komm auch mal wieder in den Neta. Na gut. Ich will mal ins... Die meisten sind wahrscheinlich verbrannt. Ich weiß nicht. Weil sie das Feuer gefallen sind. Die Spitzhacke hab ich auf jeden Fall noch gesehen. Die lag auf dem Boden vor mir. Als diese... Im komischen Pickmans ihre Köpfe so komisch wieder gedreht haben. Jetzt kennst du das? Wenn du stirbst, lass ich da irgendwie die Mobs in alle Himmelsrichtungen umschauen. Was? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Mein Kopf ist immer so geil dreht. Nein! Was? Jetzt bin ich im Feuer gestorben und die Sand sind im Feuer gefallen. Was? Ja. Da bin ich jetzt aber nicht dran schuld. Ja, der Piggy hat mich angegriffen. Wieso hat... Wo hast du ihn angegriffen? Ja. Der war tausende Meilen entfernt, der andere Piggy. Der hätte die Meute gar nicht dann aufschleuchten können. Wieso hast du Piggy angegriffen? Das ist der gleiche Fehler, wo ich gemacht hab. Ich hab den ne angegriffen, ich hab den ne... Ich hab nicht angriffen, ich hab die geschlagen. Ist mir egal. Das musste sein. Hab mich gekillt. Ach geil wird er übrigens wieder Nacht, ne? Ich glaub ich schalte jetzt auf Easy um die Sachen zu holen. Ach, 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 nein! Doch. Doch, nein, Nein! Doch... Doch. Nein, 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 nein! Das war nur... Das ist die Schuld. Wegen dir. Nein, nein, nein. Wegen dir, Mama, oh Lord. Wegen dir hast du deine Sachen verloren. Irgendwie habe ich deine Sachen, weil meine Sachen verloren ist. Ich bin voll sauer auf dich. Immer weil ich mich schulde. Ey, die Diamantenspizzake flackt, wenn auch da, ey. Und alles. Ja, die Diamantenspizzake ist mir wichtig. Der Rest kann ruhig verbrennen. Warte, wo bist du eigentlich verreckt? Ich bin im Feuer verreckt. Wo? Ach, hier legt nur ein Eichenschwert, okay. Das war, glaube ich, meins. Ja, das habe ich eingesammelt. Dein Unternehmen ist der Entfeuer sein. Der Feuergrube. Ach, nein, der hat wenigstens vorhin reingefallen. Oh, du ätzender. Ein tiefes Loch. Das ist tiefes Loch, sagst du? Ich bin in einem tiefen Loch und da flackt nichts. Ich schaue mich mal weiter um. Als Diamantenspizzake konnte ich auf jeden Fall retten. Bisschen Clay, bissl Holz. Okay, dieses Clay ist okay. Ach, das Loch. Ach, da bist du neigeplumpst. Ja, da flackt man vieles. Oh, und da flackt jetzt mein Knochen, den ich mir jetzt gerade rauskränkt habe. Autsch. Ja. Autsch. Da flackt es weiter. Da flackt der dritte. So, okay. Hey, da ist ne Fortwoche irgendwie. What? What? Wo? Wer? Was? 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 Komm mal zu dem Loch da runter, Mann. Ist der Netterbricks? Na gut, warte. Da, wo du irgendwie runtergeplumpst bist. Au. Au. Ah. Da, schau mal an, Mann. Netterbricks. Cool, ne Festung. Ne unterirdische Festung. Warte, ich mach mal. Das hab ich auch noch nie gesehen. Ich glaube, ich lass mal das Peace-Ware erst ein bisschen, ähm. Cool, ich hab's ja gar noch fackeln. Warte, wir haben mal eine hin und... Also, sorry für die Hater, ne? Ihr best liked das Video ruhig, wenn ihr Bock habt. Und dauerseits. Hör auf. Hör auf. Das Video-Cheat ist mir egal. Naja. Hör auf. Du machst meine Diamantenspitze kaputt. Naja gut. Das Netterbricks. Die nutze ich eigentlich nur... Hey, perfekt rausgekommen. Mitten im Gang. Die benutze ich eigentlich nur, um Obsidian abzubauen. Cool. Jetzt haben wir eiskalt Netfesten gefunden. Unter der verdammten Erde. Unter der Erde, ja. Hätte nicht gedacht, dass unter der Netfestungen spawnen. Ich hab das auch schon mal öfters gehabt. Schau mal an hier. Da sind auch so kleine Bugs drin. Dass irgendwie so Abschnitte in Netfestungen... Ja, das ist dann mit Netterbricks generiert worden. Ja, das ist halt das. Das sollten normalerweise Duftblöcke sein. Ach, nee, der Bassen. Die kam jetzt seit neuesten auch wieder an der Oberflay. Was heißt wieder? Die kam halt Oberflay jetzt abpflanzen. Das konnte man immer. Nein. Nicht. Die wachsen, meine ich. Ich glaube, ich schalte jetzt auf easy, oder? Was meinst du? Ja, ja, ja. Weil ich will hier nicht cheaten, ne? Nicht extrem zumindest. Du schaltest jetzt auf easy. Was werde ich aggressiv, mein Freund? Geist los. Dann geht's gut. Dann geht's gut. Warte. Hast du vielleicht noch Eisen oder ein Schwert oder so? Ja, das wollte ich dich grad fragen. Ja, ich hab nur mein Eisen gerade. Ich hab gar nichts dran. Ich hab nur die Warzen und den Soulcent. Warte, hab ich noch ne Spitzhacke? Ne, ich hab nur meine Dier. Ey, ist das ne Stufe? Ja. Ich wusste gar nicht, dass es... Ich wusste gar nicht, dass es Netterstufen gibt. Die gab's ja immer, Mann. Gib mal schnell die Facke, echt? Hätte, die hab ich aufgebrochen. Das ist nebenbei. Hier, nimm die Axt. Ey, Spitzhacke. Neh mich halt Schwert. Und den Bo! Wo ist die? Will haben. Hab die hingeschmissen. Wo? Da liegt sie. Oh, ich hab ne Goldspitzhacke. Ey, ne, die haben auch ne Spitzhacke gefunden. Oh mein Gott. Jetzt gib mir meine zurück. Gib mir noch ein paar Fackeln. Ich hab nur noch 10. Also... Hast du ein Fahrzeug oder so? Ne, ich hab nur Netterwarzen, Netterbrick, einen. Ich hab nur noch einen Soul Sand. Und die Diamant. Sorry. Let's break through it. Okay, das machst du. Oh, das ist ja. Na, hier geht's nirgendwo lang. Sicher? Soll wahrscheinlich ne Brücke oder so sein. Ja, wir geht's nirgendwo lang, der ist hier. Ach ja. Hier geht's schon ins Normale. Ich glaub, das ist da so ne Brücke mit so nem Abgrund. Wo so ne Zangemorgene Brücke nenn ich's jetzt mal. Broken Bridge. Um uns mal korrekt auszudrücken. So. Was gibt's da oben? Ach, da komm mal her. Stimmt ja. Verdammt, das bin ich zu wenig. Oh, tausend Gänge. Tausend Gänge des Verderbens. Der Hölle. Ach, da geht's hoch. Oh, komm, komm, komm in den Himmel. Hey, da ist ne Schmiede oder ein Lava-Brunnen. Cool. Hast du nen Eimer? Ich schub's dich rein. Warte, geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Hast du nen Eimer vielleicht dabei? Ich hab gar nichts dabei. Ach, schade. Oh, die Ahlspitzhacker und ein bisschen Blöcke. Komm, bring mal Satan ein kleines Opfer. M, 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 M. So. Was hast du jetzt reingeschmissen? Nicht der Brücke. Ich hab totes Fleisch. Man muss dem Satan Fleisch opfern, du. Du, du, du. Dann hoffe ich eine Nichterwarte. Das ist ein Nasenpopel. Ach, da oben ist Spawner, denk ich mal. Nicht der Popel. Das sollte ein... Nee. Oder? Moment. Doch, da kann einer sein. Ja, wenn du nen... Wenn du nen Blast... Äh, wenn du nen Blast hast, dann hörst... Dann weißt du... Vielleicht spawnen die hier nicht, weil hier alles zu ist. Ich hab einen Pigman. Hm? Sieht vielversprechend aus. Ja, jetzt muss man da nur noch einen Spawner finden. Und dann werden sie jetzt alle gleich wild spawnen. Das ist schon mal... Ja. Bundeln die einfach mal einen Block nach unten. Ist da was? Nee, da ist nichts. Nee. Ja. Du kannst von mir aus schauen. Nicht mit dem Schwert. Das machen nur Anfänger. Geht wunderbar. Dann, wir halten die Klinge. Alter, halt doch mal das Maul, du scheiße Schweinemann, du. Nothing. There is nothing. Versuch mal weiter. Ich möchte die Aufnahme auch bald beenden, ne? Echt? Ja, ich will jetzt nicht zu viel aufnehmen. Wir wollten eh Minecraft spielen, also... Ja, wir müssen spielen. Jetzt spielen wir Minecraft.